Ja, meine Damen und Herren, parallel geht es gleich wieder los mit unseren Aufräumarbeiten, damit wir die nächste Show auch vorbereiten können. Schönen Dank, Firma Gloria, es war sehr interessant und ich nehme an, Sie werden eine Empfehlung haben, Feuerlöscher muss jeder zu Hause haben, oder? Ganz genau. Ja, Herr Knauf, wir hörten schon, Sie sind hier auch auf der Messe vertreten, da gibt es alle Produkte noch mal zu sehen, nehmen wir an, ja? Richtig. Genau, wir sehen Sie auch mit Ihrer Show nochmal, wann sehen wir es das nächste Mal? Am Freitag um 13.30 Uhr. Ja, also wer jetzt gerade dazu gekommen ist im Vorbeigehen, Freitag 13.30 Uhr, die Firma Gloria nochmal mit ihren Feuerlöschgeräten, Feuertrainern. Und wer sich dann traut, der darf sicherlich auch mal probieren, oder? Ja. Ja.